Herzlich willkommen zum Quiz «Wer grün weiss es?» 2024, präsentiert von Swisscom. Heute mit Mihajlo Stefanovic und Nikolai Möller. Heu miteinander! Also Jungs, es gibt vier Spielrunden. In der ersten Spielrunde muss einer von beiden anhand der Lippenbewegungen Fussballbegriff erraten, also so ein klassisches Lippenlesen. Und für das haben wir 80 Sekunden Zeit. Abwärts! Hopp! Hoppen! Hopp! 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 Sangale! Hopp! Sangale! Perfekt! 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 Slow! Drive! Again! Drive! Go, 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 go! Nicolai! Nicolai! Perfekt! No! Goal! Louis Vuitton! Louis Vuitton! FCSG! FC St. Gallen! FCSG! FCSG! SG! St. Gallen! Coach! Auto! Haus-Tor! Au! Auto! Car! Auto-Car! Au! 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 Drei! Au! Zwei! Au! Stopp! Fertig, Jungs! Das Spiel ist fertig! Es war gut! Es war gut, oder? Wir kommen zur zweiten Spielrunde. Wir haben unsere Fans via Instagram gefragt, wer aus der Mannschaft am ehesten auf etwas zutrifft. Wir suchen die drei Top-Antworten. Frage Nummer eins. Wer ist der beste Koch? Das wird einer der alten, oder? Ich denke Lukas. Ich denke Lukas. Für sicher Lukas, Kürtler. Einer von ihnen. Ja. Und Schubi, ich denke, auch. Andrati. Die Experienced guys. Ich denke, ja. Ah, vielleicht Ziggy. Like African food. Okay, wir nehmen das. Jordi. Nein, Jordi, nein. Wirklich? Ich denke, nein. Ich versuche, er wird da sein. Ich kann auf deinem Gesicht sehen, dass Jordi einer von ihnen... Nein, wir bleiben. Okay, wir bleiben so. Also gut. Die Top-Antwort ist... Lorenz Apicigi. Okay. Die zweite beste Antwort ist... Lukas Gürtler. Und als drittmeister ist... Jordi. Jordi. Ja. I told you, Jordi. Okay, okay. But we have to think about the fans. Also, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wer ist der schnellste vom Team? Willem. They put Willem, for sure. Isak. Yeah, Isak they would put also. And maybe... Shadrack? Or Julian, maybe. And you? Yeah, me no. Okay. I think no. Willem is 100%. Willem 100%. Shadrack, I don't know. Yeah. I don't know if the fans... I think Isak. Isak, yeah. These three? Or we take Julian instead of Shadrack. We take Julian, yes. Die zweite beste Antwort ist... Willem Köbelts. Okay. Top-Antwort ist tatsächlich... Shadrack Akkord. Wow. I knew it. Und am drittmeister haben unsere Fans... Julian von Mosknecke. Okay, so two right again. This is good. This is a good start. Perfect. So, die letzte Frage. Wer vom Team hat der coolste Style? Sigi ist da. Honestly, I think they put Julian. Also. Yeah? Yeah. Because I think he shows a little bit on the Instagram and, you know. Chima, no? Ah, Chigi. Chima is... Yeah, but... He don't shows too much. Julian, he shows. So, we take him. Okay. Betim. Ah! Betim. Betim. Is Sigi top one? Sigi? Yeah, okay. Sigi one. Julian. Also right. Ah, okay. Ja, Betim wurde leider nicht genannt. Die zweitbeste Assa Hüster. Oh, okay. I can see that. I can see that. So, dann gehen wir zur nächsten Spielrunde. Und das wäre Dingsda. Wir haben unsere Kleinstösser der Bärenbandi Fussballbegriffe erklären lassen. Und ihr müsst so schnell wie möglich herausfinden, welcher Begriff es gesucht ist. Es ist Sandu. Die meisten Leute stehen. Die sind meistens als Erstes im Stadion. Sieglingbett. Ah, der Ultrasse. Der Ultrasse. Ja, ja. Hast du meinen Blog? Ich weiß, oder? Ja. But I knew it. Two seconds ago. Yeah. But I had to be sure. This is a strong duo. Gehen wir weiter zur Runde 2. Also 3, 2, 1, los! Die gibt es in verschiedenen Farben. Wenigmal muss man sie mit einem Klettverschluss anziehen oder einfach ohne. Die sind eher weig. Die hört man oft nicht so schnell an. Ja. Wenn der Spieler es dann schmeckt hat. Was heißt es in Deutschland? Schimper? 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 Ich war auch nicht so. Das war nicht so. Wirklich? Nein, das war nicht so. Können wir es darüber sprechen? Das ist nicht die letzte Antwort. Nein. Es war nicht so. Es war nicht so, weil er sagt, es ist sehr soft. Ja. Aber was hast du gesagt? Du hast viele Farben. Was war das? Ja. Es war ein Goalie-Händchen. Dieser war schwierig. So, Jungs. Wir kommen schon zum letzten Spiel. Das kennt ihr bestimmt. Das heisst Montagsmaler. Also klassisch. Einer zeichnet, der andere muss erraten. Dann starten wir jetzt. 3, 2, 1, los! Trikot? Nein. Nummer? Fußballspiel? Puh! 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 Ja, das ist es. Okay, warte, warte. Wie kann ich das tun? Spieler? Okay. Fussballspieler? Ja. Nein, nein. Puh! Der Nummer ist wichtig. Okay. Schubi? Hey! Ronaldo? Yes! Bravo! Okay, okay, okay. Next, next, next. Schnell, 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 schnell! Oh, das ist schwierig. Stadion? Mhm. Footballspiel? Mhm. Kimm Park? Yes! Kongo Park? Kommo, komm! Next, 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 next! Good, bro. You're smart. Draw down, draw down, down! Make it two on one. Think now, okay. Wait, wait. Startelf. Formation. Which? 3, 2, 4, 2, 3. 4, 3, 2. Yes, good. Stopp! It's finished? Yeah. Why not draw down? Ah, yeah, yeah. I thought about it. But we did good, we did good. You guessed everyone. But the first one... But we have just three, bro. Yeah, three is good. No, three is not good, bro. This one is good. Ah, shit. Okay, it's good, it's good. We take this. Good. So, Jungs. Sehr schön. Ihr habt gute 24 Punkte vorgelegt. Vamos, bro. Nice, nice, nice. Ich glaube, für den Start ist das Ganze eine ganz gute Anzahl. Gut gemacht.